Leute, es ist fast soweit X-Defined Zeit. Am 21. wird das Spiel endlich released und bei mir gibt es, wenn ihr mir zuschaut auf Twitch Live, gibt es Twitch Drops. Achtung, diese Twitch Drops sind nur bei Ubisoft Partnern aktiv und nicht bei Streamern, die einfach so X-Defined schauen, soweit ich das jetzt rausgelesen habe. Also bei mir aktiv. In der gesamten Pre-Season gibt es jede Woche Waffen-XP freizuschalten, wenn ihr mir zuschaut und zwei verschiedene Skins, je nachdem wie lange ihr zuschaut. Ich zeige euch gleich die Skins. Es gibt einen Drop für 30 Minuten zuschauen, einen Drop für 60 und einen Drop für 90 Minuten pro Woche. Müsst ihr das jeweils erreichen, soweit ich weiß nicht am Stück. Ich bin mir da aber jetzt nicht ganz so sicher, wie das abläuft. Twitch Drops, technisch bin ich da nicht so ganz am Start. Also ihr hört schon raus, Ubisoft Partner, danke übrigens natürlich an Ubisoft, dass ich die Spielinhalte euch schon mal zeigen kann, wie die aussehen. Und es wird natürlich, das hört ihr sicherlich selber raus, in Zukunft mehr exklusives Zeug von mir für euch geben in Sachen X-Defined. Wenn zum Beispiel eine neue Season ansteht, werde ich eventuell schon Early Access wahrscheinlich bekommen. Meine Vermutung, alles weiß ich noch nicht. Aber so ein bisschen was, was euch auf jeden Fall gut tut, News-Technisch und so weiter. Also habt ihr Bock auf X-Defined-Stuff? Bleibt am Start. Daumen da lassen, Abo da lassen und so weiter und so fort. Natürlich ein Kommentar, seid ihr gehypt? Hoffen wir alle mal, dass das Spiel nicht so in den Keller fällt, nach einem gewissen Hype wie The Finals zum Beispiel. Deswegen, ja, schauen wir jetzt einfach mal, was es an Twitch Drops gibt. Die zeige ich euch jetzt. Und zwar, schaut ihr mir in Woche 1 30 Minuten zu, gibt es Waffen-XP-Boosts freizuschalten. Also einer pro Woche. Und das in jeder Woche wenigstens ein Waffen-XP-Boost. Bei einer Stunde bekommt ihr einen M4-A1-Skin, bei 90 Minuten ein M4-A1-Skin. In Woche 2 Waffen-XP-Boost ist klar, dann einen M9 und einen Vektor-Skin. In der dritten Woche gibt es ein M8-Skin und einen M16-A4. In Woche 4 einen M9-Skin und einen Vektor-45-Skin. In Woche 5 haben wir dann einen M6-Skin und einen MDR-Skin. Und in der letzten Pre-Season-Woche gibt es dann einen M44-Skin und einen Vektor-45-Skin. Und ich möchte einfach nochmal betonen, für alle, die skeptisch sind, gibt dem Spiel eine Chance. Ich betone nochmal, dieses Spiel hat kein Skill-Based Matchmaking. Und das ist genau das, was sich COD, Apex Legends und viele andere Shooter endlich mal abgucken müssen. Deswegen hoffe ich, dass es einen fetten Hype für dieses Spiel gibt, dass der lange anhält. Und dass andere Publisher vielleicht mal ein bisschen aufs Brett kacken, auf Deutsch gesagt, bei ihnen die Spieler vielleicht flöten gehen, um endlich mal dieses verdammte Skill-Based Matchmaking in Public Games abzuschaffen. Das gehört da nicht hin. Ranked, da gehört es hin. Und auch in X-Defined wird es einen Ranked-Modus geben. In der Pre-Season, soweit ich weiß, noch nicht. Es gibt aber sechs Wochen lang jetzt, ab dem 21. Mai, einen Practice-Mode für den Ranked-Modus. Der Ranked-Modus ist auch nur 4 vs. 4, nicht wie der Standard-Modus. Ich glaube, es waren, war es 5 vs. 5 oder 6 vs. 6? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz so genau. Ich habe die Beta schon wieder gar nicht mehr so richtig im Kopf. Und der Ranked-Modus müsste dann in der ersten Season in sechs Wochen kommen. Können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Dort gibt es dann das Skill-Based Matchmaking. Schweres Wort. Also ihr wisst Bescheid. Bleibt am Start. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr euch den Staff von mir reinzieht. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche. Ein schönes neues Restwochen-Modus. Jetzt versaue ich ja das Ende komplett. Wie gesagt, am Dienstag gegen... Naja, es wird ein bisschen später als 19 Uhr. Werde ich rein streamen in das Game, was wir alle schon sehnsüchtig erwarten. Zumindest alle, die Bock auf dieses Spiel haben. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao. Ciao.